Denkt nur an all das Gute, das die Purge uns bringt. Ihr kennt die Tradition. Wenn wir unser Land retten wollen, müssen wir unseren Zorn in einer Nacht rauslassen. Ab 5. Juli. Wir verkünden den Beginn der ersten Purge. Erlebt. Heute Nacht werden wir in jedem das Gute und das Böse sehen. Alles begann. Unser Viertel wird von einer Regierung belagert, die sich einen Scheißdreck für uns interessiert. Niemand wird uns zu Hilfe kommen. Lauf! The First Purge. Möge die Säuberung beginnen. Im Kino. Im Kino.